Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Eier 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 Musik Einmal Auslösen. Wir sind in Zinovitz, an der Ostsee und ich vorbereite mich für meinen nächsten Kampf, der wahrscheinlich am 14. Januar stattfindet und wir sind schon in der richtigen Phase. Sparen hat noch nicht angefangen, aber wir machen sehr viele Teufel, Krafttraining, natürlich auch Boxtraining. Also, ich bin schon gut dabei. Drei Monate dabei und fast zwei, drei Monate bin ich beim Training und am Anfang ist es natürlich schwer, aber dann der Körper gewöhnt sich daran und jetzt mache ich mit Freude. Ja, ist nicht schlecht, aber ich habe noch keinen Kampf gemacht, werde ich jetzt einen Kampf machen. Wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, am 14. Januar, Gegner und Ort ist schon bekannt, aber wir halten noch geheim, nächste Woche wird bekannt gegeben. Also, alles läuft nach Plan, sagt man so. Ja, alles erreicht ist relativ, kommt davon, wie denkt ich. Für mich habe ich noch nicht alles erreicht. Ich habe noch Ziele und wie will ich erreichen? Auch Motivation ist für mich nicht nur, dass wir alles haben, finanziell abgesichert sind, sondern wenn man gewinnt, wenn man im Ring steht, seine Hand wird hochgehoben und dann, das ist etwas, das ist etwas Besonderes. Das kann man nicht mit Geld oder mit anderen Sachen vergleichen. Das ist etwas Schönes und deswegen steige ich nochmal in der Richtung. Ja, ich möchte mich bedanken bei meinen Fans, die zu mir bis jetzt gehalten haben und ich verspreche euch, 2012 wird unser Jahr sein und wir werden viel Spaß und viele Siege haben. Ja, ich möchte mich auf das. Ja, ich möchte mich auf das. Untertitelung des ZDF, 2020